Hallo, hier ist Christian, die von Queen of Disturgeon. Wir alle, der taktvolle Holger am Schlagzeug, die terzversetzten Gitarrenzwillinge Thorsten und Mike, sowie der tieftönende Karsten grüßen recht herzlich, wer ist Oldschool und den Rest der Welt. Wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk für Oma, Opa, Papa, Mama, Onkel, Tante und das Kind braucht, unsere frisch erschienene CD Checkmate gibt es in physischer Form oder auch als Download. Wir wünschen euch grandiose metallische Weihnachten. Untertitelung des ZDF, 2020